Drei. 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 Statt für die Nummer vom Lukas. Wer schoss das letzte Tor gegen die Bayern für den VfL? Weghorst. Wie häufig ist der FC Bayern jetzt Deutscher Meister geworden? Dreiunddreißig. Dreiunddreißig. Dreiunddreißig? War der Dreißigste. Dreiunddreißig. Oder neunzehn. Mehr? Sag schnell, sag wie schnell passt. Dreiunddreißig. 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 Welche Farben hatten unsere Stutzen am 34. Spieltag gegen die Bayern? Wer feierte am 34. Spieltag der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt? Luca Horn. Nochmal. Welche Nummer hat Luca? 20. Nummer 2. Und eine Null dran. 20. Welcher ehemalige Wolfsburger ist Sportvorstand beim FC Bayern München? Sanyal Mijic. Ja. Hassan Sanyal Mijic. Wie viele Einwohner hat die Stadt München? Mehr oder weniger als eine Million? Nur die Stadt? Nur die Stadt. Weniger. Oh, mehr. 1,5. Mehr. Welcher Fluss fließt durch München? Oh, welcher Fluss? Bayer. Das ist nicht der Rhein, oder? Nein, das ist nicht der Rhein. Das ist nicht der Rhein. Das ist der Rhein. Die Isar. Isar? Ja. Du hilfst mir auch gar nicht. In welches Stadion passen mehr Menschen? In das Olympiastadion München oder in die Allianz Arena? Allianz Arena. Olympiastadion. Ja? Ja. Und wann wurde die Allianz Arena eröffnet? Was? 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 2006? Das war mit dem. War es nicht mit WM? 2004? Nee, 2006. Früher. Ich kann raten. Früher. 2002. Nein. Vier. Fünf. Fünf. Fast. 2017.